Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Produktionskosten einfach durch die Analyse von Daten senken. Verbessern Sie mit Minitab Ihre Erträge und reduzieren Sie ungewünschte Überproduktion. So können Sie die Ursache für Verschwendung schnell ausfindig machen und Änderungen einfach und flexibel integrieren. Sie haben Daten, wir haben Lösungen. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor.